was geht leute herzlich willkommen zum nächsten part von der alien 2 immer schön nach schreien was macht es das macht nichts macht genau das jetzt natürlich mal wieder von der anderen seite gelockt und da brauche wieder eine sicherung ich würde es echt interessieren ob man die sicherungen nur kaufen kann oder man die auch finden kann man das landen sich nach boskampus oh come on well creaky walkway over pit of heart check oh it's fine it's fine it's all fine oh fuck i'm guessing it's looking oh what am i doing what the here you are i've been looking for you uh okay um hi do i do i know you no way more than you realize look i'm just gonna get off this do you feel that pulsing in your marrow like a promise ah ah hi oh 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 um look i don't want any trouble okay i am just trying to get to santa monica there's the doctor there and well listen i'm immune so all i gotta do is get to him and then you can you've got your eyes wide shot what clinging to the edge of the pool too afraid of drowning i'm gonna have to help you let go what ach die haut mich jetzt sicher unter alter uh hey no no wait don't do that ach leckermich okay ja komm haut mir noch was runter oh raserei alter oh shit fucks ich merke die dreck das 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 ich das sie die 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 blutrausch alter ok wir haben da einen zweiten flott freigeschalten krasser ein modus kann man das nicht aufmachen sagt alter immer etwas versperrt auch verschlossen Oh, okay. Über-eats. I'm a fest. Da hinten steht einer. Warum ist das denn eigentlich eine eigene Sorte, Alter? Da sind überall die Dinger, ne? Da ist die Oben, wenn ich ja rumgehend. Man kann halt wirklich fast nichts entdecken, ohne dass man so eine Sicherung hat. Der Schreier da, nervt. Den nächsten Schreier da nimmer rausbekommen. Alter. Ja, wenn man ganz kurz getwerkt hat. Für die Tiere haben wir da. Lager. Mal lagern, das brauche ich gerade gar nicht. Aber das muss man wieder reparieren. Das reparieren kostet also einfach so viel. Jupp. Weg zum Strand? Ja. Spiele einstecken. Let's go. Okay. No more sewers. Ever. Again. Where the hell am I? Verlaufen? Verlaufen? Na, ich glaube nicht. Aber irgendwas blubbert hier. Weiß nix. Ich glaube, der hat gerade einen Zahn verloren. Venice Beach. Finally made it. Er zeigt mir aber ganz halt irgendwelche Visionen an, die was mich halt überhaupt nicht interessiert. Die Frage ist halt nur, ob der Typ hier rumschaut, oder? Oder das sind Zombies. Survivors. Hey, hey! Are you alive? Guys! Someone's alive! You gotta help us! Ach gut, dass ich im Stall war. Habt ihr das Gefühl, eins der besten Sachen ist halt echt? Ich seh dich eh schon. Oh man, okay, wir müssen hier irgendwas... Ah, Lucy! Was ist los hier? Ich seh dich mal verpacken. Wir können Kalien. Der Kanban natürlich nicht. Ich höre dich schon, aber... Boah, Alter! Ja, kein Problem. Warte mal, ich habe hier noch eine Sicherung. Hey, ist alles okay da oben? Ich denke, es wird schwer. Die Gäste flogen und verhörten die Magabrains in. Please! Hilf uns! Ich habe das Gefühl, dass... Ding einfach nix bringt. Jetzt ist mir grad echt egal. Mit seiner immunen Art. Dahinter kommt man das? Lass mal hier durch, Kollege. Was ist das? Oh! Schwerer Volver, Mann. Die Tür ist natürlich von der anderen Seite wieder geschlossen, ey. Da komme ich nicht hoch. Blöd! Rein theoretisch könnte ich ja hier rüberjumpen. You gotta help us! Was ist denn das, Alter? Werden hier die scheiß Falle gestellt? Oh Mann! Also jetzt gerade kriege ich halt richtig auf die Fressen, ne? Irgendwas will man jetzt zerstören, weil... Das Katana, glaube ich, das mit dem... Wollt jetzt einmal recyceln. Ah, recyceln wir. No! Nein, das wollte ich irgendwie nicht. Ausgedrefft. Aber vielleicht war's eh so geplant. Kann nicht ganz gut sein. So, wo brauche ich denn ne Sicherung? Sicherungskasten ist da hinten, aber sonst so ne kleine, oder? Das sollte so ne kleine sein. Ja, chill mal. Ist das vielleicht hier hinten? Ah ja, das ist so ne kleine. Soll ich mit den großen hier? Ups. Gibt es hier irgendeine, wo ich das einsetzen kann? Hier zum Beispiel. Oh, da ist auch ne Sicherung. Na gut. Da gibt's anscheinend Sicherung im Überfluss, ey. So. Mal fest. Schoko. Nichts, ich hab dich da hinten mit mir gehört. Ja, das ist schuldig. Wo ist denn das? Ja, das ist... Da ist egal. Das ist eigentlich eine Shotgun, und die ist voll scheiße. Es ist einfach so, in den Games ist es immer besser. Oh, ich kann es auch. Deine Hand ist irgendwie extrem klein. Ich schließe das Tor, bevor er noch mehr kommt. Okay, und die noch. Hey, up there! How the hell do I close this gate? Gate-bust is not hot! Ah, man, okay, vergiss dich. Oh, fuck, fuck, fuck! What did I break? I think the breaker broke! Der Hand ist aber immer kleiner. Ich glaube, er nimmt das immer als Beleidigung. Ich habe eh schon einen irgendwo gefunden. Das habe ich vorher den Typen an den Kopf gehauen. Das ist hier einfach verschwunden, die Drecksache. Ah, wie sie um den Hegel gekommen sind. Na, Freundschön, was was kaufen? Blei sind 20, vier, kein 30. Der Typ ist einen kompletten Marsch. Das ist alles, was reinkommt. Ich mache den Kopf, was ich... Oh, man! Ich habe den Kopf, was ich? Ich habe die Einladung von den Kopf. Oh, Mann! Das ist doch, was ich. Was ich jetzt? Ich habe es. Ich habe es. was haben wir denn was man dazu brauchen also die werde ich auf jeden fall verkaufen glaube ich normaler normale keule ja da soll er hinten einfach mal ein bisschen brutzeln geil wäre es wenn man auch die kugeln quasi elektrisch aufladen könnte komm in quick oh sehn johre i'm kai excuse the mess i'm doing my best go through the guys are in there hey we can certainly do with your you're welcome to the blue crab you're welcome to stay we got plenty of real good food we could certainly do with your you know techniques you are not normal oh no hey look i am totally normal so anyway look i i gotta go i'm headed for the selling hotel you're screwed man that whole area was militarized miles offences and razor wire checkpoints and okay wer sich an kackte plus the horde thousands of those ham brains trapped in the evac zone then there's the death pits pits death pits listen to you assholes the death pits the emo motherfuckers look we got enough problems right here zompocalypse kicks off the week of the strongman competition giant fucking roid so monster's everywhere you know what i think what what well that what the fuck man shit alter alter ist das wie ein sohn huhl alter wenn du den Kopf abt ach du scheiß alter und er geht einfach weg reißen den schädel ab und dann ich äh 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 ich werde den Kopf abt wenn ich irgendeine Gehirn hätte ich würde einfach weg äh äh hackmesser hallo das ist Emma äh 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 so was lagern wir lagern diese shotgun auf jeden fall dieser richtig kacke des katana das war echt schwach also mit dieser mord wirklich kacke hat das gefühl dass das katana auch scheiße ist irgendwie bringt sich am meisten wirklich elektrizität gegen die vier die episode kann man gelassen hintermauern da habe ich schon bessere also habe ich das eine schwert da oben platz für ein paar neue sachen brauche ich etwas giftiger bisschen was giftiges aber mal abkriegen den wollte ich abkriegen ok upgrade das geht nicht ein schläger das macht aber das ding stärker man einen kleinen flammierer draus er hat den schaden na siehste da brauchen wir ein bisschen mehr cash schelter gut jetzt haben wir die schnellreise freigeschalten aber wir machen ja pause und wir sehen uns beim nächsten video servus so herr herr